so da bin ich wieder liebe leute ich habe noch ein bisschen geguckt dass ich ein bisschen speicherplatz auf mein tablet hier finde weil die videos hier schon sehr viel verbrauch werden und gerade so viel brauche ich jetzt auch gleich denn wir machen es jetzt endlich war wir betreten nach langer zeit nach über zwei monaten wieder die kreative stadt es wäre eigentlich heute nacht geplant gewesen aber ich habe es euch schon im video vorhin erklärt dass wir das ganze jetzt machen werden fünf videos quasi der erste part wir gucken wo wir anfangen weil es hier sehr viel zu tun wollten ja eigentlich hier starten hier so ein wunderschönes tor hier zu bauen und ich würde sagen wir machen das jetzt auch mal gucke ich mir jetzt mal in welcher form ich mir das so vorstellen kann ja ansonsten hoffe ich dass es euch gut geht und ihr hoffentlich einen schönen samstag haben werdet sehen wir bei vielen werden wird hier schnee sein bzw nicht nur bei vielen sondern eigentlich fast überall in deutschland kann ich mir vorstellen so ich habe jetzt keine großen vorstellungen vom tor deswegen mache ich jetzt einfach hoffe dass die maus nicht so viel streikt denn wir brauchen die heute und zum scarchen mal das muss ich ja auch gleich gucken, weil das ist ja alles mit Wasser umrahmt. Ihr seht das ja schon, das war ja die Großarbeit gewesen, aber wir haben lange hier die Welt nicht mehr betreten, das ist schon echt über 200 her, dass wir hier diese Welt betreten haben. Also heute ist höchstens nur, also höchstens ist ein falsches Wort, heute ist hauptsächlich Minecraft Tag, jetzt hier die 5 Videos und dann nachher am Abend noch 2 in der anderen Welt und dann geht's morgen früh hier weiter oder gibt's noch Professor PF. Das ist so die veränderte Form unseres Plans jetzt. Was macht die Maus jetzt noch einmal? Ja. So, dann machen wir so. Genau, so. Wie geht das Ganze denn? So, passt sonst. Ich denke dann ja. Also. So, dann kommt es nochmal. So, dann gucken wir gleich den Innenraum mal an, was er so zu bieten hat. So, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Hier so, das ist sogar ein bisschen Schatten hier. So, hier gehen, 5 da hin, dann machen wir hier noch. Könnte auch vielleicht hier so eine Glasskuptur hier hinstellen. So, das sieht doch schon mal aus, oder? Müssen wir das so rund machen, oder können wir das auch hier so machen. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Dann können wir hier so einen Weg machen auch. Ah, ja, okay. Das heißt, hier müssen wir schon mal überlegen. Okay, dann machen wir hier schon mal einen Weg. Jetzt die Frage aus, was habe ich denn Weg damals gemacht? Aus welchem Material aus? Diesen, genau. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Damit wir das so ein bisschen auch vergleichen können, den Weg. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was das für ein Ding ist, oder was das für ein Material. Aber ich gucke mal nach. So, das ist so ein glatter Stein. Ne, was? Oder? Glatter Stein? War es das? Ne, das ist neu. Okay. So. Was nicht das? Okay. So. Hier und wieder muss ich auch kurz auf den Speicher immer gucken, damit ich weiß, okay, wir können auch ein bisschen was machen. So, das ist wohl ein bekannter Clock. Gut. Dann nehmen wir den. So. Sieht jetzt nicht groß aus, aber wir brauchen jetzt auch nicht so einen großen. Sie können ja hier so durch. Von daher. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das können wir dann auch verändern hier. Gut, dass auch nichts weggegangen ist, ne? Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn man eine weltlange Zeit nicht mehr besucht. Wir gucken mal, wie weit wir überhaupt mit den 10 Parts hier kommen werden. Weil so lange werden die Videos ja jetzt nicht sein. Aufgrund des Speicherplatzes, da kann ich leider nichts ändern. Ich versuche ja so viel Speicherplatz am Tablet hier wie möglich zu kriegen. Wenn ich es am Handy aufnehmen würde, da kann ich ja immer die Qualität ändern, aber die Tonqualität ist nicht so schön. Da finde ich auch keinen anderen Weg leider, wie ich das auch ändern kann. So. Dann machen wir jetzt hier eine schöne Treppe hin. Schauen wir mal welche wir nehmen. Dann nehmen wir auch passend dazu diese Treppe. Wir legen das erstmal beiseite. Genau, dann machen wir es. So, dass man hier so drüber gehen kann. Und dann hier runter gehen kann. Das würde ich sagen. So. Dann machen wir hier noch. Dann können wir noch ein paar Zäune hin machen. Hier so einen Zaun gibt es. Aber leider nicht so einen. Was nehmen wir denn? Da kommen wir neben den Zaun. Der ist gut. Nehmen wir das mal kurz raus. Ui. Äh. Das wäre jetzt auch nicht so gedacht gewesen. Ja komm, dann müssen wir es mal kurz mal zumachen. Was haben wir denn jetzt gemacht? Hilfe! Was haben wir denn jetzt gemacht? Ach, ich kann jetzt nicht raus gehen. Ach, der Mann. Okay. Okay. Also wenn ich so einen Zaun hier mache. Dann. Okay. Gehts nicht. Ja. Lass mich doch jetzt hier. Ich muss doch hier rein. So. Komm. Gut. Gut. Also es funktioniert nicht. Wie ich sehe. Wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, da muss es noch weiter weg. Ne? Kann das sein? Oder funktioniert es mit dem Block? Ne. Funktioniert auch nicht. Okay. Funktioniert auch nicht. Ah! Hä? Ach halt. Was ist? Hä? Check ich jetzt gar nicht. Egal. Ach. Mann und Mann. Leute. Kurzer Cut an der Stelle.